kaum schlaupt könnten empfangen schlaupt hat aber keine entwicklung auch stehen wollte ich ah ja ja doch hat er hat er okay wusste ich nicht ja okay dann könnte ich den team auf kaskade auch hier in der version hat entwicklung okay perfekt muss einfach weiter können hier bis nochmal dann entwickelt es sich hier habe ich nicht gewusst ja perfekt okay dieser moment wenn man das pokémon guckt so wie wir euch nicht was hätte ich mitnehmen kommen aber schloppe entwickelt sich zu was entwickelt es sich denn das ist interessant zu wissen okay dann nehmen wir es mal mit stadt garados denke ich mal so haben wir hier noch was oben könnten wir noch gucken ja gut ich weiß noch nicht diese diese glocke hier war aber so eine schwebende glocke entwickelt die sich oder nicht guck mal ob er es schon walzer kann bericht ja stampfer abschlag schloppe schnach nein kein kein walzer ich bin schon aufzu was entwickelt sich schloppe überhaupt die glocke entwickelt sich auch okay dann könnte ich die fangen dann könnte ich die fangen ich könnte nochmal den schloppe gucken ob der ob der allerdings hat ob der walzer hat stampfer ja komm ich habe war mir im kopf versuchen wir es direkt einfach beweis vielleicht haben wir glück okay wir haben kein glück alles klar ausser 2 ja so so panferno let's go oh je ok sieht nicht so aus dass der was hat ah tempo gibt wenn es überlebt überlebt wenn nicht dann nicht oh es überlebt ist alles klar ich dachte vor was richtig starke attacke man was denn da los habe ich das auch gehabt ich hatte ich nicht ne ok bringt nichts ok es hat eh keinen stampfer ok dann nicht einfach mich platt gemacht einfach platt gemacht egal einfach platt gemacht egal goldbart könnte ich auch eigentlich fangen ne ah da können wir nachher wieder kommen ja ok kommt aber je flug pokémon brauche ich hier nicht ok dann bringt nichts ja ok wenigstens haben wir hier ein neues pokémon haben wir wenigstens so wo haben wir hier pokémon center ja rein da oder können wir zum arena leiter gehen sehr gut ok let's go ok danach können wir surfer nach surfer surfer können wir schon sehr viel erreichen surfer können wir schon sehr viel erreichen was sind hier denn für pokémon überhaupt das ergibt was denn er hat 15 antwort ist jetzt hier zahlt oder was eigentlich muss ich falsch reingehende manne wer ist es ich muss eigentlich falsch eingeben dann könnte ich kämpfe machen oder sind danach kämpfe wenn ich falsch gehe ja genau ich würde auch kämpfe machen fordere dich heraus nebulock ok nebulock nehmen wir an schlurp wirkungslos wirkungslos also effektiv abschlag sehr gut fluch oh nein fluch war komisch irgendwie nach zwei drei runden hat das erst irgendwas ne also macht es schaden oder wie war das ok sehr gut ok ja nein das macht direkt schaden aber wenn das pokémon stirbt glaube ich macht es schaden ne war das so glaube ich ok geile pokémon das heißt ja luxtra macht das schon ne auch die anderen sind effektiv feuer pokémon da geht auch eigentlich alles eigentlich alles ok ob es kein gestein oder sowas das was du meinst heißt sehr ok 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 sehr war das kann sein ja so der letzte abschlag war das one hit ja war one hit ok der fluch ist einfach erklärt der anwender halbiert seine hp um dir einen fluch aufzulegen der jede runde schaden macht bis dein pokémon stirbt lucky lucky ok ok eigentlich eigentlich krass ja ja bestimmt schon von viel mehr pokémon gelernt als du gleich gibt es stelle er als ob du weißt was du bei mir abgeht priska schulden friska drift long als driftler und auch komische beton was macht erscheine hier he 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 abschlag aus dem stampfer 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 ist geht oder ist das komplett oder ist das komplett geist pokémon stampfer keine wirkung ah ja es hat keine wirkung ja perfekt dann muss das abschlag sein wieder was ist horta es liegt verteidigung durchslo ach verteidigung steigt oh nein verteidigung steigt und steigt und steigt wollte drei was muss gemacht werden zeigt ja sehr effektiv ok komm jetzt letzte entfesseln warm da gibt ihr mir eine stelle Abschlag Ja Ist vielleicht tot Alex Ja Bin ich tot? Ah ja, bin ich tot Du hattest recht, ich bin gestorben Ich bin gestorben Warum wurde besiegt? Zum Glück kein Ablog oder so Okay, geht hier Feuer Feuertag Flammenraub geht durch Ja, geht alles klar Geht alles klar Erfahrung Schuld Geld besiegt Ja Ah ja Junge, wir kassieren ganze Geld von den Schulkindern Wir kassieren ganze Geld von den kleinen Schulkindern Oh, noch ein Junge Seine Brille ist einfach größer als seinen Kopf Schuhe bei Fächer wie Geschichte in Pokémon Du weißt schon, alles was irgendwie wichtig ist Apolllo Apoll 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 Also Das könnte ich mitnehmen Hat er auch nur eine Pokémon Wirkungslos, Flammrad, doch Flammrad. Haut den um, oder? One-Hit. Überall Level 30, ja. Immer den Kirby-Fans. Sehr nice. Okay, geht 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 geht. Ah ja, der Aufzug ist da. Okay, ist hier letzter schon? Ja. Hohohohoho. Du bist endlich Finalelement. Was? Viola? Seit mein arrive, künftig in dieser Region lerne ich immer wieder etwas dazu. Hä? Ein paar Exemplos, dass man sich sehr schick gekleidet, um diese Wettbewerbe teilzunehmen. Ich bin Fan. Aber nicht, dass nononon ich hab auch alterniert, an ihrem Leiter zu werden. Du willst mich also erfüllen? Muy? Bien, soll es so sein. Doch gewinnern werde ich. Quais moi schließlich meine Aufgabe. Was? Wie? 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 Gute mir? Wie? 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 Ja. ist es sehr effektiv gegen den bodengestein oder ist es nicht effektiv habe ich jetzt einen fehler oder da war das der brain move es war ein fehler sehr effektiv das sehr effektiv war kein guter brain move nachthieb aber der fliegt einfach verdammt er wäre geil hätte ich so eine attacke wo ich mich vergraben oder so ok kommen dann nehmen wir unseren flug gegen flug attacken sonst fest dann nicht sehr effektiv denke ich mal bedrohung bedrohung haben wir auch noch sagt erwartet nichts passiert ja wir sind schneller dafür mancher raptor ist dann schneller fans grob bereist 27 ja ja panther level 40 auch crazy genger er genger wechseln wir auch draußen genger luxtrand funkensprung geht mehr geht wohl was was wie viel das was wie viel das abgezogen hat oder in er hat das überlebt hat alles überlebt okay kann noch mal flug blockiert okay dann hat hyper trank okay okay das könnte aber wohnheit sein oder mit der attacke volt wechseln warm nein nicht okay dann müssen wir tauschen jetzt ja dann könnten wir wieder panferno rein und dann mit blut gut ist ziemlich schnell glaube ich oder blut direkt hinterher supertrank nein ich hoffe die denn noch heilen aber glute macht auch gut schaden oder so hätte ich flammenrad gemacht ja und jetzt flammenrad hinterher ja perfekt okay sehr gut sehr sehr gut luxtrand level 41 traumfugil auch blitzgut oder verdammte ist vergiftet aber egal das klappt schon oh no ist es schon so weit alle leiteren traumfugil traumfugil sieht cool aus finde ich cool punkensprung welches level konfusion oh nein ah konfustrahl oder was ja ja scheiße verwirrt wir sind doch komplett verwirrt ich war doch schon vorher verwirrt vor dem konfustrahl funksprung eingesetzt oh paralyse geil oh nein wir sind auch vergiftet noch dazu schmeiß mit special effect hier dich aufgeben nicht kapitulieren was nicht kapitulieren komm 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 alles verwirrt erfuck schon ja man war okay ich bin verwirrt ja man sehr gern du bist der starke class was kein wender das ich verloren habe ja gut okay gib mir dein poké dollar oh la la ich bin erschüttert erschüttert der pokémon team ihr seid unglaublich stark diese ordnung habe ich euch verdient ja du erhältst dann verliebt worden von lamina ja danke die sonne lässt sich vor allem attacke server verwundet das them sind aber für dich weil ich bin mir sicher du wirst sicher gebrauchen können wie doria nun denen viel erfolg auf deine wege behältst sticker lamina verwendet behältst them 65 okay für mich echt ich dunkelklaue dunkelklaue stark dunkelklaue ist gut der ganze weg zurück jetzt ja wir haben wir haben jetzt verbrauchen wir können surfen und endlich neue pokémon bekommen ich glaube ich weiß nicht aber vielleicht bestimmt noch endlich hier wie wie viel denn noch jetzt sind wir draußen da danke so spreche war wir haben einfach wolken kratzer ja ja genau stimmt einfach komplett da bin ich froh dich zu sehen du glaubst nicht wie schwer es war dich auszufinden zu machen mein großmutter hat mir erzählt in der liess passiert ist danke für das was du in ruine getan hast kein problem chica du diese team galaktik aber die team kann ich dachte es wäre harmlose haufen exzertiert mit fragwürdigen kleidungsstil wie ich immer davon rede ein neues universum erschaffen zu wollen viel heiße luft eben ja offenbar sind viel gefährlicher als ich angenommen habe pokémon zu stehlen einzusperren das ist nicht nur falsch sondern auch abgrundtief böse entschuldige aber adrukt thema wechsel aber wie haben wir die eigentlich ruine gefallen wenn du mehr zu wissen willst solltest du der bibliothek flatburg vorbeischauen dort gibt es bücher die über interessante können interessieren könnten so besucher könnt ihr auch dabei helfen pokédex zu vollständigen du hast dort wirklich vorbeischauen ich kann die wärmsten erfählen was gut ja dann lass mal gucken wo wir müssen wo müssen wir ach hier ok hier flatburg dann fliegen wir mal warum ist hier auf einfach tür auf wo soll größere tür ach hier schuld da war das ja ja nicht schuld kinder war die blatt gemacht jubel stadt ja so warte war ich hier schon mal im untergrund ich weiß es gar nicht weiß gar nicht ob ich hier auch war ich noch nicht ja war ich noch nicht hier ok kommen neue pokémon kampf 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 gift elektro aber das war es auch nach unten ist noch was ok rechts und unten noch einer das können wir mitnehmen warte das ist diese feld knall was zu welchen stimmt zu welchen pokémon trick an die sich denn noch mal knassi ja knassi du bist da können auch mal rein gucken ich will noch was neues ok nee 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 wir gleichen knassi und hier der andere ok dann gucken wir nach unten damit ich habe keine ahnung was der bringt aber ja bestimmt was gutes wasser unten waren was ist hier hier war doch so ein opa jetzt ist er weg ich habe vorher doch irgendwas gesehen denn hättest du einfach gesagt so wieder zu baut käfer gebrummt käfer gebrummt ok 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 nur diese erwarte man fahrt zu gewahrt er mich hatte wir auch eine entwicklung man fang so ja ich bin überhaupt kein spaß am leben scheine todes ernst es geht nicht mehr so zu relaxo ist man fach so relaxo echt jetzt landet ein volltreffer und verlieblich ja irgendwann finden wir schon ein relaxo schon immer ich kannte nur damals relaxo und da gab es noch kein man fuck so weiß was ich mein was denn finden einfach eine erdbeere erdbeer kiku 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 kigi gui ich sage erdbeere nein bis zum pfirsich kiku kiku quesig so wie gesagt hat nichts gebracht pokémon ja wurde gefangen entwickelt sich das kommen wir pflanze ich habe gar keine pflanze dabei in meinem team könnte ich aber statt wehen statt entehrung kommen endlich haben wir ein neues pokémon ja auch wenn es nur eine erdbeere oder ein pfirsich geworden ist sie haben wir schon wahrscheinlich entwickelt sich zu irgendwas man sich entwickelt dann bleibt es im team ich hoffe es entwickelt sich absolut keine pokémon hier da ist der fersich wieder okay gut ja dann haben wir alles na ja dann raus hier kannst du dir viel habe ich noch auch unentdeckte viel unentdeckte vielleicht kriegen wir hier auf der straße noch neue pokémon genau jetzt sind wir hier jubelstadt ach stimmt hier war ich doch ja 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 das mädchen war ja jetzt können wir surfer einsetzen auf wem surfen wir denn online auf der rate echt jetzt schon nicht auf der rate surfen glas honig kann ich nicht schaffen gemein gar das surfen oder so wo ich auf der rate surfen durch unkühl ja die kirche hat mir jetzt okay sehr gut dann bleibt die im team vor der tisch heraus ja rappo wie sieht er denn ist aber schwaches egal hier kommt man perfekt gegen diese wasser pokémon hier ich sag von hinten sitzt außerdem es mann einfach ein s volltreffer übertreibst du nicht blütenwirbel blütenwirbel ja sehr gut der ist flug ach so ja hat gereicht garados komm garados auch ja garados ist auch flug ne aber wasser wasserflug drache äh blütenwirbel nochmal eiszahn das ist schade eiszahn ja woher hat er denn sowas als alles komplett rift du auch meine pokémon sind ja komplett am arsch ich muss einmal hier warum habe ich die nicht gehielt vielleicht verliere ich hier noch wollte es da kommen weiter so ja wieso ich das äh noch eine kleine hilfe in der jährlich mach doch einfach chillisch scheine macht doch einfach chillisch mach wie ich kennst du mich doch auch was ist hier kämpfer hey tschitter mal wir haben uns ja ganze weile nicht gesehen jetzt sag bloß du weißt nicht mehr wer ich bin ich bin Professor Eib Assistent der der Vater von Luptia Professor hat sich gebeten dein Pokédex aufzurüsten ich bin meiner Intuition gefolgt und habe hier auf dich gewartet gib mir bitte kurz dein Pokédex mal sehen was du dir noch gleich neue Software muss hier installiert werden klick 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 der neue Pokédex ist ja schon auf dem neuesten Stand schließlich verfügte er bereits über die neue Funktion mit der du die männliche und weibliche Version von Pokémon ansehen kannst da gab es früher nicht so ist es viel praktischer jetzt will ich dich aber nicht weiter stören ja gibt es das meinte ich am Anfang wo ich gesagt habe ähm ähm sicher alles halb so wild man weiß sie mussten aber los bis bald äh sind männliche oder weibliche Pokémon stärker oder ist es immer unterschiedlich das wollte ich letztes Mal wissen ich kenne ich kenne mich mit dem Thema nicht aus ich habe ein bisschen so entklingelt bei sowas ach doch einfach chillig also die Antwort heute war ja auch haltere im Himmel gegriffen was soll ich chillig machen Schule nicht chillig ja doch Schule ist auch ja manchmal nervig manchmal chillig aber kann man auch chillig machen macht ihr kein das ist das Problem macht ihr keinen Stress auf der Schule dann wird besser wenn du hier mehr selber Stress machst dann wird nicht chillig vielen Dank für die Geduld das sind etwas andere Tipps die kamen jetzt nicht von mir so pokon selber atmen manchmal über den unterschiedlichen Fähigkeiten verfügen vielleicht sich gleich Pokémon mit verschiedener Fähigkeiten trainieren ich kann vor einem attack stärker damit der pokoketsch einsetzen an der leite ok so können wir hier übergehen irgendwie so ich will mal gucken und vorne was im gras war vielleicht war dann neue pokémon habe ich verpasst oder so ich darf auf keinen fall neue pokémon verpassen was du miterst das Arena Leiter ja so Arena Leiter Gitarre Vitali 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 Let's go was hast du denn so drauf Vitali oh wie schlub Bedroher Dösigkeit Stampfer doch Stampfer ist stabil oder Funk Spung oh nein Paralyse höre auf eventuell paralysiert zack ah nee nochmal Stampfer verdammt die Paralyse jetzt Paralyse 41 Panferno sehr gut ich dachte da schon Vitas hätte ich eher Vitas gesagt nicht Vitali so ein richtiger Vitas komm jetzt neues pokémon ja neu Gastrodon da ist die Entwicklung von diesen anderen pokémon ne Stampfer Aquarelle das ist von dieser andere Schnecke die Entwicklung ja nicht so geil gefällt mir nicht ok ok noch einen will ich sehen aber das war schon ja endlich mal ja wieder das alte pokémon entwickelt schon Panty Maus Panty Maus nehmen werden oder also ich frage den ich weiß nicht ob der in die zyniker kommt aber stampfer die strahl oh nein wir sind down oder oh Panty muss richtig hier stark unterwegs komm das ist was ist er nochmal Panty Maus ist was hat er denn gemacht was passiert wie heißt es ist das weiblich oder das ist das ist weiblich ne nach unten ist männlich ne das weiblich ne das ist eine Panty 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 oder rotes weiblich oder und blaues männlich machen die das ist eine Panty ja Panty wurde gefangen ich habe erreicht 41 aber was ich habe nicht auf agilität agilität brauchst mit lux 42 crazy Panty nehmen wir nicht mit dann kommen nicht ins team ok wir hatten jetzt schon zwei neue pokémon jetzt noch einer ok jetzt kommt jetzt kommen die gleichen bestimmt das war da ja was erschein kommt schlubb überhaupt noch die attacke oder nicht oder wann entwickelt er sich ja ok sehr gut dann behalten wir noch drin walzer ok so wir machen vorne der müsste ja auch schon bald entwickeln weil sie braucht das ok naja ich meine aber weil sie bekommt er noch wenn er sich entwickelt noch entwickelt sondern ich meine wenn es sich level du 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 Untertitelung des ZDF, 2020